Selbst die Distanz kann Sylvie Mais, 44, und ihren Sohn Damian, 16, nicht auseinanderbringen. Vor zwei Jahren ist der 16-Jährige zu seinem Vater Raphael van der Vaart, 39, und dessen Lebensgefährtin Estavana Polman, 30, in Esbiak nach Dänemark gezogen. Sein großer Traum. Profikicker werden, genauso wie der Papa. Allerdings wohnt der Tini deshalb weit entfernt von seiner Mutter. Jetzt verriet Sylvie, wie sie mit der Entfernung zu ihrem Sohn zurechtkommt. Bei der DKMS liefert Riam Deissori in Berlin offenbarte Sylvie gegenüber Bild. Mein Sohn ist mit 14 ausgezogen. Das war schon ein bisschen sehr früh und gewöhnungsbedürftig. Aber er kann jetzt seine Träume wahrmachen, und er ist glücklich. Die stolze Mama-Reise für wichtige Fußballspiele ihres Sohnes regelmäßig mit ihrem Mann Niklas Castelo nach Dänemark. Für mich ist es das Wichtigste, dass Damian das machen kann, was er gerne möchte, erzählte die Moderatorin. Im vergangenen Jahr unterschrieb Damian bei dem Verein Esbiak vor René de Bold Klubber, FB, seinen ersten Nachwuchsvertrag. Außerdem wurde er in die niederländische U16 aufgenommen. Doch nicht nur im Fußball läuft es für ihn gut, sondern auch in der Schule. Damian hat seinen Abschluss an der Internationalschul in Esbiak bereits in der Tasche. Untertitelung des ZDF für funk, 2017